Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt heute die... Matilda! Genau, wir spielen den WoW-Mode von PUBG. Der ist wieder aktiv, zumindest für kurze Zeit noch. Und ja, ganz einfach, drei Männer, drei Gruppen mit je zehn Mann. Das sind unsere zehn Mann hier. Ja, kämpfen 15 Minuten lang gegen zwei andere Teams. Pro Kill drei Punkte. Und ja, man hat eine Respawn-Möglichkeit. Und welches Team zuerst 150 Punkte hat, hat gewonnen. Oder die Zeit ist abgelaufen. Und wo müssen wir denn raus? Schon wieder. Prision, äh, Prision ist Dancer raus. Aber nee, hier schon wieder, ja. Military Base. Tja, ich weiß echt nicht, wo man hier gut abspringen kann. Keine Ahnung. Ist sowieso egal. Wird überall verschissen. Ich geh wieder auf den Hügel. Na, dann guck ich mit dir ab. Noch irgendwas vergessen zu erwähnen. Wir sind ausgerüstet mit der K. Sekundärwaffe variiert. Ähm, ja, eine Granate, Verbandszeug. Und das war's. Würde ich sagen. Happy Kill. Oder Kill. Happy, Happy Kill. I want to have a happy kill. Ich bin eigentlich ganz schön fies, wenn man das so sagt. Oh, soll ja nicht fies sein. Oder lustig sein. Musst du lustiger singen, dann wird das besser. Ich hab das lustig nutzt. Ja, ja, okay. Wenn ich singe, ist das immer lustig. Oder tödlich, weil ich so schlecht singe. Tödlich für die Mitmenschen. Die es hören müssen, genau. Ah! Nein, alles okay. So. Was ist das? Eine Formel. Oh! Was ist das? Was ist schon tot? Ja, die erste Runde geht immer sehr schnell. Das ist, äh, normal. Oh. Oh. Na, unser Team war in Führung. Gerade die Nachricht kriegt, dein Team ist in Führung. Und dann, nein. Dein Team ist nicht mehr. Richtig. Achso, ich gucke zu. Ich wusste, ich wundere mich schon, wie das nicht steuern kann. Ah, wir haben schon wieder einen AFKler. Oh, das ist aber echt auch die Pest. Das haben wir mittlerweile echt häufig. Immer ein, zwei Leute im Team sind AFK. Oder verlieren die Verbindung. Und, ähm. Das ist das Match gleich scheiße. Das ist... Weil es fehlt hier ja direkt einer. Jetzt haben wir schon zwei AFKler. Toll. Und ich glaube, die werden dann auch gezwungen runterzuspringen. Und die kannst du dann halt erschießen. Dann, das sind halt die billigsten Punkte, die du machen kannst. Hm. Ich hoffe, die kriegen irgendwie schöne Strafe, ey. Keine Ahnung, bei normalen PUBG-Runden haben sie nur noch Pistolen oder so. Oder können sie es nicht mehr heilen. Aua. Ich weiß, wie wir jetzt ein Tempel nicht finden. Aua. Oh, ich treffe den nicht. Ich treffe den auch nicht. Man, ey. Das ist doch wieder eine sagenhafte, geile Runde. Ich treffe den auch nicht. Juhu, ich hab einen Kill. Oh. Ah, ich sehe einen auf dem Radarturm. Von Dios, 55. Ja, ich bin tot. Achso. Aber ich versuche doch mal, den Zen-Punkt anzusteuern. Aber eigentlich hat mir der Raum geblieben. Oder ich gehe aufs Dach bei dir. Ich bin Schornstein. So. Ist jetzt frei. Ich gehe da jetzt auch hoch zur Radarstation. Oder Atene, was das hier ist. Keine Ahnung. Ich bin Jungen. Ich bin Jungen. Ich bin Jungen. Bitte. Be blows. Alles체ren. Ich bin Jungen. Ja, ich hab hier gerade auch nichts im Visier. Ach, jetzt ist der runtergesprungen, der ich im Visier habe. Oh, bei mir ist schon einer hochgekommen oder so. Ja. Wahrscheinlich von oben direkt abgesprungen. Scheiße, ey. Ich hab auch den Fugturm, ist einer. Ja, ja, der hat mich ja gerade gekillt, der ist oben, aber wahrscheinlich abgesprungen. Ja, der hat mich wahrscheinlich auch gerade abgeschossen. Würde passen von der Position. Und da sind wir gerade auf Platz 1, trotz zwei Leute, die AFK sind. Oh, oh. Da sind welche drin, unten in der... Bisschen... Okay, das sollte ich nochmal üben. Oh, komm, ist es wieder leer. Haha. Ah, mein Turm, verpiss dich. Das ist mein Turm. Ja. Der Blattel hit den Turm. Shit. Was ist denn hier wieder der Ausgang? Was ist denn hier wieder der Ausgang? Was ist denn hier wieder der Ausgang? Ich hab hier kein Ziel, das gibt's doch nicht. Nee, ich auch nicht. Ah, kurz. Jetzt kommt hier was runter, aber nicht in meiner Nähe. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ah, das ist ein Kumpel. Mann, Alter. Ich dachte, das wäre gerade ein Feind. Jo. Endlich mal ein Kill. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ach, ich hau ab hier. Soll der Kollege da den Traum halten. Ich hab hier kein Ziel. Nee, der Typ verfolgt mich. Das ist ja wie eine Klette, der Typ. Ah. 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 Waffenwechsel zu lange gedauert. Schisse. Ja, Gewinner. Nee, mit drei Kills. Mit drei Kills. Juhu. Ja, ich hab es euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschau. Tschüssi.